Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Kapitän of Industry. Weiter geht's. Weiter wird versucht, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ich weiß zwar noch nicht, wo der Gegner... Oh, wer der Gegner ist. Aber den werden wir schon finden. Diese Ecke ist komplett fertig. Das ist cool. Okay, die Ecke ist übrigens auch komplett fertig. Und das Loch ist auch schon fast zu. Okay, hier läuft es. So, ich glaube, die sind jetzt auch gleich fertig. Wenn die da fertig mit sind, dann können wir eigentlich anfangen, hier ein bisschen wieder zu grasen. Da fehlte einer. So. Gut. Was ist das eigentlich hier? Ach so, hier wird Bagger und blablabla hergestellt. Alles klar? Alles klar. Gut. Okay. Wir haben ja hier das Ganze ein bisschen umgebaut. Und es scheint hier auch irgendwo zu laufen. Irgendwie. Irgendwo. Fehlendes Material. Hä? Was ist hier los? Der macht acht. Der macht acht. Okay. Tatsächlich nicht so gut. Tatsächlich nicht so gut. Naja. Ähm. Hm. Ich bin am überlegen, ob wir jetzt noch einen zweiten bauen sollten. Weil scheinbar hat er hin und wieder ein bisschen Probleme, das Ding hier voll zu bekommen. Weil er hier noch zu viel braucht. Tja. Was machen wir da? Was machen wir da? Ähm. Gute Frage. Okay. Aber erstmal egal. Wir haben Strom genug. Ähm. Wir könnten aktuell noch nicht mehr als genug machen. Also easy going. Passt. Wir kümmern uns um andere Dinge. Um zum Beispiel. Wie sieht es eigentlich hier oben aus? Hier waren wir schon lange nicht mehr. Ähm. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also die Riesenbagger hier. Die sind. Ganz schön. Cool. Immer noch. Vor allem machen die die jetzt mit einer Schüppel voll. Ähm. Die sind halt jetzt am Fahren ohne Ende. Finde ich gut. Okay. Was machen wir denn da? Ähm. Die Frage. Viele Fragen gerade. Viele Fragen. Ich habe noch keine bückliche Antworten. Die werden aber auch irgendwann kommen. Okay. Ähm. Gut. Wo machen wir weiter? Was sagen eigentlich die Farben? Die Farben sind ja jetzt alle fertig. Und die haben alle kein Düngermittel. Okay. Ähm. Wir produzieren ja unten Düngermittel. Ähm. Ich würde hier einfach mal einen dicken, fetten Tank hinbauen. So in die Richtung. Und sage ihm jetzt, Düngermittel 2. Muss hier hin. So. Okay. Dann muss das in dieses Rohr da rein. In das da. Geht denn das eigentlich hin? Ah ja. Okay. In das da geht es rein. So. Dann gucken wir mal, dass wir das hier irgendwo angeschlossen bekommen. Hier zum Beispiel. Okay. Ähm. Das bedeutet eigentlich, wir haben jetzt hier den Output für ihn. Da kommen sie nämlich auch schon. Und fahren das dann jetzt da hoch. Ähm. Genau. Diese haben wir jetzt auch schon wieder ein bisschen. Also doch ein bisschen mehr. Das ist eigentlich sehr gut. Ähm. Das freut mich. Bedeutet also, das was ich hier geplant habe oder gemacht habe, fängt jetzt auch an zu laufen. Anständig zu laufen. Ähm. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut, finde ich. Ähm. Was machst du? Du fährst die Dinger da oben betanken. Das ist auch gut. Ähm. Ähm. Okay. Das bedeutet also, ihr kriegt jetzt hier langsam Düngermittel. Die werden voll mit Düngermittel gemacht. Mehr oder weniger. Aber sie steigen schon. Also man sieht es kräftig. So. Da er ja immer um 2% hoch steigt. Ähm. Passt das auch für mich. Bedeutet also, die 2, 3 sind vollkommen am Laufen. Wir könnten hier tatsächlich noch welche hinbauen. Also 1 oder 2 wird knapp. Ähm. 2 wird knapp. Was machen wir denn eigentlich damit? Wir hämmern das aktuell tatsächlich nur für Düngermittel raus oder was? Ist aber auch nicht so schlau, oder? Das ist aber auch nicht so schlau. Okay. Ähm. Deswegen werden wir das jetzt Ganze. Achso. Ähm. Ta-da-ta-da. Wir wollten hier eine Essensproduktion machen, ne? Und zwar für Brot. Ähm. Ta-da-ta-da. Das heißt. Okay. Ähm. Wir machen eben das Brot da oben fertig. Bedeutet. Ähm. Wir machen hier nochmal eine Brücke hin. Weil hier ist relativ viel Verkehr. Ähm. Machen wir dieselbe Höhe. So in etwa. Das lassen wir jetzt einfach weiterfahren. Bis hinten hin. Lassen das hier runterfahren. Lassen wir das hier runterfahren. Und hier müssen wir jetzt mal gucken, was wir da mitmachen. Aber hier ist ein bisschen was noch Müll. Also das kann weg. Das kann weg. Ähm. Das ist. Das sind die Bäume. Okay. Das sind die Bäume. Die Bäume könnten wir eigentlich auch hier hin machen. So. Und hier soll tatsächlich dann die Lebensmittelproduktion hin. Ähm. Wir machen hier eine Mühle hin. So. Was ist hier eigentlich noch so viel Grün? Kann man das mal ganz kurz hier weg machen. Achso. Das ist glaube ich noch dieses. Die Aktion. Ich mache hier alles platt. Genau. Ähm. Obwohl das hier nicht platt gemacht wurde. Aber egal. Okay. Also das ist die Mühle. Die Mühle macht. In. Warum ist das schon wieder? So. Jetzt ist. Genau. So. In einer Minute machst du 16 Mehl. Und die Backstube macht. Braucht 16. Passt. Okay. Das heißt. Wait a minute. Das ist falsch rum. Ähm. So rum. Okay. Gut. Du machst Brot. Du machst Mehl. So. Dich führen wir. Ah. Ähm. Okay. Dich führen wir erstmal hier hin. Und hier würde ich tatsächlich gerne. Dass das ein bisschen aufgeschüttet wird. Kriegen wir das schnell hin. Wenn wir das hier unten eben löschen. Ja. Ähm. Das hier können wir da so mal weg. Und das kommt dann auch einmal weg. So. Dann haben wir nämlich jetzt diese zwei Felder aktuell nur. Aber da fahren sie schon sehr gut. Sehr gut. Okay. Hier oben machen wir noch eine Brücke hin. Ähm. Falls wir dann noch mal irgendwas bauen wollen. Immer ein bisschen vorplanen. Immer ein bisschen vorplanen. So. Passt. Passt. Sitzt unter Luft. So. Ähm. Ihn. Reißen wir ab. Ihn brauchen wir hier oben nicht. Okay. So. Und das Brot führen wir dann dorthin. Jetzt mal kurz gucken. Ähm. Das bedeutet eigentlich. Ich möchte halt so wenig mit den LKWs machen wie möglich. Weil die haben ja aktuell ein paar andere Probleme. Nehme ich an. Ähm. Deswegen werden wir halt so viel wie möglich mit Pipes machen. Auch wenn das ein bisschen blöd aussieht. Aber das müssen wir halt dann einmal irgendwie anständig machen. Okay. Wer hat denn hier gebaut? Alles klar. So. Gut. Und dann müssen wir einmal hier lang. Ups. Wir müssen gleich nochmal gucken. Wir müssen da glaube ich ein paar Brücken bauen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm. So. Und ab über den Müll. An die Pipeline dran. So. Okay. Bauen wir ein paar Brücken. Also hier kommt auf jeden Fall eine hin. Klack. Hier muss auf jeden Fall noch eine hin. Klack. Äh. Sonst alles easy, oder? Ja. Ja. Das sieht sonst okay aus. Da ist schon eine. Hier ist jetzt eine. Und da brauchen wir es oder so keine. Gut. So. Ähm. Ähm. Ja. Die oben geben Gas. Kommt sogar der Große. Und schüttet noch ein bisschen dort ab. Das heißt also. Ja. Das wird hier richtig schnell gehen. Also. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Ähm. Dass das jetzt lange dauern wird. So. Ähm. Das ist ein Hobel, den wir nicht wegbekommen. Also nicht so. Okay. Gut. Sehr gut. So. Du brauchst noch Wasser. Natürlich gerade. Ähm. Haben wir hier oben irgendwo Wasser liegen? Ne. Ne. Aber wir haben doch hier irgendwo eine Pipeline eben gehabt. Da ist doch bestimmt Wasser drin, oder? Ha. Guck mal. Da ist Wasser drin. Passt. Sitzt. Klauen wir uns da unten. Wenn es geht. Äh. Ne. Da geht es hier mal nicht. Okay. Das ist blöd. Ähm. Na gut. So. Hups. Ja. Okay. Äh. Klauen wir uns da einmal Wasser. So. Können wir das. Genau. Perfekt. 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 So. Ähm. Was wir eben machen könnten ist. Bei ihm jetzt hier auf jeden Fall. Wir gehen hier. Hoch. Und führen ihn. Auf der Pipeline nach drüben. Ähm. Funktioniert ja hier ganz gut. Und wir haben. Abiske Platz gespart. So. Und dann werden wir. Das muss aber schon verbunden werden. ne. So. Mann. Gehen wir doch nicht auf den Nerv. Normalerweise willst du immer direkt alles verbinden. Nicht nur jetzt. Nicht nur jetzt. Sträubst du dich oder was. So. Okay. Wasseranschluss ist auch leichter. Die Brücken sind schon fertig. Das Brot läuft natürlich. Das Brot läuft natürlich noch nicht. Doch das Brot läuft auch schon. Entschuldigung. Und somit hätten wir hier oben eine Brotversorgung. Ähm. Jetzt müssen wir hier nochmal einmal umstellen. Priorität ist natürlich hier. Da es aber noch nicht angeschlossen ist. Welche Pipe ist das hier eigentlich? Meine Güte. Habe ich da wirklich die alte gebaut noch? Wirklich? Scheiße. Äh. Okay. Ich habe da noch die alte gebaut. Da die so viel Gas geben hier. Können wir das jetzt eigentlich schon bauen. Ähm. Sehr geil. So. Das heißt. Wir bauen das jetzt hier runter. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Okay. Das war schon zu weit. Bis circa hier hin. Und dann gehen wir da rüber. Da müssen wir gleich natürlich noch eine Brücke hinbauen. So. Und hier kommt noch eine Brücke hin. So in etwa. Ja cool. Ähm. Das hat auch super funktioniert. Und wie gesagt. Das hier ist ja jetzt wirklich super schnell gebaut worden. Muss man ja sagen. Also die haben jetzt hier richtig Gas gegeben. So. Perfekt. Hier haben wir auch noch eine riesen Fläche, um noch Sachen zu bauen. Also da. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Und hier wie gesagt. Das ist ja jetzt wirklich alles nur Essen dann. Was hier hinkommt. Ähm. Also. Ist super viel Platz für Essen. Falls wir Essen ja komplett bauen werden. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Was ist hier los? Warum? Was ist denn hier drin? Tierfutter. Ich stelle Tierfutter her. Oh. 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 Entschuldigung. Mein Fehler. Mein Fehler. Es tut mir leid. Ich habe das falsche rüber gejagt. So. Oh meine Güte. So. Okay. Ähm. Dab, 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 dab. Eine große Schüttel. Die wir. Ja. Wo bauen wir die denn hin? Am besten so, dass. Da alle dran kommen. Und spätere. Überproduktionen da ebenfalls rein können. Kann ich da direkt runter? Oh. Das wäre so cool eigentlich. Ja. So gefällt mir das. Ich versuche gerade so ein bisschen Platz sparen zu bauen. Ich glaube man merkt das schon. Aber naja. Fällt mir nicht immer leicht. Aber okay. So. Ähm. Hier kommt. Machen wir mal ganz kurz schnell Dinge hin. Oh oh. Ich sehe da schon wieder Dinge, die ich nicht sehen möchte. So. Ähm. Dem sagen wir leer halten. Und. Das da. Hat mich jetzt gerade ein bisschen erschrocken. Wir gucken mal ganz kurz, warum die. Ähm. Hier die Wertwartungen. Nicht weiter laufen. Moment. Wo waren das? Ähm. Das war. Die hier. Dem fehlen immer Elektro-Bauteile. Die hier. Was fehlt ihm? Ihm fehlt. Leitplatten. Wo sind die Leitplatten hin? Die Leitplatten, die waren doch auch hier irgendwo da. Da sind die Leitplatten. Ihm fehlt Kupfer. Warum fehlt hier Kupfer? Und Kupfer ist voll. Hä? Wie kann hier Kupfer fehlen, wenn Kupfer voll ist? Warum ist das nicht mehr angeschlossen? Gegenfrage, war das jemals angeschlossen? Wo liegt die? Wo läuft denn hier Kupfer? Da. Okay, wir machen das mal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Versuchen wir das mal irgendwie hier an diese Kupferlinie dran zu machen. Okay, das hat funktioniert. Ich habe doch da eigentlich nichts abgerissen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich da irgendwas abgerissen habe. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich da irgendwas abgerissen habe. Okay, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Aber das hier ist gerettet. Ähm, von daher dürfte es jetzt eigentlich wieder ein bisschen besser laufen. Also jetzt, jetzt nicht sofort, aber dauert halt ein bisschen. Ähm, was mich ein bisschen erschreckt, dass die Dinger hier wieder voll sind. Rappel, pappel voll. Ähm. Warum sind die voll? So, warte mal. Ich verbessere das 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 mal. Okay, das Problem ist jetzt nicht weg. Aber Wir haben hier auf jeden Fall ein klitzekleines Problem. Und was mich noch ein bisschen juckt ist die zwei die zwei schaffen es nicht das unter Kontrolle zu bekommen. Also ich brauche mindestens noch einen. Mindestens noch einen. Die zwei würden auf jeden Fall noch Da die ja immer mal wieder das und das machen, könnten wir da auf jeden Fall noch zwei hinbauen. Okay. Ähm, wir gucken uns das in der nächsten Folge mal genauer an. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.